Ja, ich seh jetzt grad nix. UT, da sind auch drei Autos, da sind Waffen angezeigt. Also ich würd sagen, wir gehen nach, wir gehen Richtung Zaputnoe, würd ich sagen. Und von da aus dann nach Novaya Pretovka, dann nach, ich war grad noch erzählen, wo wir hingehen. Ja, gerne. Ähm, du hast denn ne Karte? Ich habe meine Karte. Jawohl. Äh, so jetzt muss ich nur sehen, wo wir waren. Devil's Castle. Ja, hab ich gefunden. Okay. Hier gibt's angeblich auch ein Auto. Ja, angeblich. Ähm, auf jeden Fall, ich würd sagen, wir gehen zuerst zu Grishino. Mhm. Dann würd ich sagen, übers Airfield. Mhm. Ähm, dann Richtung Zaputnoe, beziehungsweise Novaya Petrovka. Und dann Richtung Süden. Ja, da ja. Okay. Ja, gerne. Okay. Weil bei Grishino soll's auch einige Autos geben. Ich fress jetzt aber grad noch mal ein bisschen was. Ich kann auch was trinken. Dann trinke ich doch, was trinke ich denn? Ah, so viele Sachen hab ich nicht mehr zum trinken. Äh, zum trinken hab ich auch nicht mehr viel. Gut, ich hab noch ne Flasche, die ich wieder auffüllen kann. Also das wäre halb so wild. I feel thirsty. Haha. Ich sortier mal hier grad ein bisschen mein Inventar. Hast du noch Durst? Ja. Wenn du möchtest, kannst du gern einen Schritt haben. Ich hab noch Rasputin Quas. Ich hätte noch was da. Hm, also momentan brauch ich's nicht. Oder? Nee, der ist immer noch durstig. Dann kommt zu mir und äh... Da ist noch ein Rasputin. Ja, das hab ich da hingelegt. Sehr fein. Kann ich eigentlich den Schalldämpfer von der Pistole auf die P1 setzen? Ich nehm das mal hier ab. Ja! Sehr schön. Oh, ich hätt mal wieder Bock auf ne Munitionskiste oder sowas. Die uns dann mal weggebackt ist. Ich erinnere mich nicht an Munitionskisten. Ne, die ist uns nicht weggebackt, sondern wir haben die auf den Boden gelegt und dann hat der Server neu gestartet. Ja, der Server neu gestartet, ja. Dix Krüppel, ey. So. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie wir laufen müssen. Äh, ich hab grad... ich aktualisiere gerade meine Graph... meine Karten. Deswegen... Würde ich mich gerne auf dich verlassen. Mhm. Jetzt muss man wissen, wie spät es ist, ne. Dann kann man dann sagen, wo Süden ist. Hier war... irgendwo war hier ein Kompass, aber ist mir egal jetzt. Bis wir den Kompass jetzt gefunden haben, ne? Ne, wir gehen einfach mal zurück, wo wir hergekommen sind. Ja, da gibt's ja eine Straße, die hier hochführt, ne? Genau. Ach guck mal, ein kleines Häuschen. Kann man da rein? Nö. Aber das Scheißhaus haben wir jetzt nicht gefunden. Ne, haben sie weggemacht. War vielleicht so anstößig. Du hast mich darin eingesperrt. Ja. Warst du da oben drauf? Da oben drauf war ich nicht. Ja, da geh ich mal hin. Haha. Kann sein, dass da noch irgendwas Feines ist. Na. Sieht nach Nischt aus. Hm. Großes Nischt. Hm. Jetzt, wo wir hier oben stehen, jetzt genieße ich auch mal den Ausblick. Ja, komm. Aber man sieht nicht viel, außer Wald. Ja, trotzdem ist es auch hübsch. Ja. 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 Ab und zu muss das mal sein, ne? In der Zombie-Apokalypse. Immer noch Stress um dich drum rum. Ja. Du musst immer wieder was trinken, um nicht zu verdursten. Immer wieder was essen, um nicht zu verhungern. Das ist auch mal ganz schön, da so eine Sekunde der Ruhe einzulegen. Genau. Und das müsste jetzt hier die Straße sein. Ja. Das heißt... Wir müssen hier lang. Ja. Ich starte mal gerade meine Karten-App neu. Mhm. So. Devils Castle. Wo haben wir dich? Da ist Grishino. Da ist Devils Castle. Da ist die Straße. Wenn wir die Straße runtergehen und am Ende der Straße nach rechts abbiegen... Ich bin jetzt einfach durch den Wald gelaufen. Äh... Bist du schon vorgelaufen? Nee, ich steh noch hier. Ach so? Ich hab die nicht mehr gesehen. Hallo? Ich wär jetzt einfach hier lang gelaufen. Ja gut, dann lass... Lass stürzen. Schade, dass man es nicht so machen kann wie der Zombie vorhin, ne? Einfach mal rutschen. Yay. Ja, wir haben einen Rucksack dabei. Ich hab noch einen Sack dabei. Damit könnten wir doch bestimmt hier runterrutschen. Ja. Was ist das denn? Ist das da von ein Haus? Ja, sieht so aus. Könnte auch eine Tankstelle oder sowas sein. Die hab ich jetzt nicht angeschaltet, die Tankstellen. Was ist das denn? Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Hier führt eine Straße hin. Mini-Markt. Also Mini-Mini-Markt. Bitteschön. Ach man, ist nix drin. Ach man, ist nix drin. Das ist jetzt echt mal lustig. Ich schätze mal, das gehört irgendwie so zu dem Schloss da oben, wenn man das besichtigt oder so. Ja, das kann sein, so eine kleine... Er bietet sich ja an, ne? Wenn du sagst, ja ich mach hier so eine kleine Gaststätte auf. Wo die Leute essen und trinken können. Ach! So eine Gaststätte. Haben wir gestern auch schon eine gehabt. Da war ganz wenig drin. Hier ist ein Fernseher. Der sieht dann auch richtig gut in Schuss aus. Hau mal drauf. Das passiert nichts. Unkaputtbar. Ja. Na gut. Dann wird das wohl, wenn wir da runtergelaufen sind. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist. Doch, das ist ein bisschen östlich von Devils Castle auf meiner Karte verzeichnet. Allerdings ohne irgendwas, äh, ohne ein Symbol oder sowas. Ach da! Ah, da sind wir falsch gelaufen. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Und da geht die Straße. Da geht die Straße rauf. Wo müssen wir hier jetzt? Das heißt, ich muss so querfeldein, ne? Ja. Und dann sollten wir wieder auf eine Straße treffen. Oder so laufen etwa. Da vorne ist sie glaube ich schon, oder? Oh, das könnte noch. Ja, wir müssen weiter nach rechts noch laufen. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich über den Berg rüber raus. Ach da bist du. Ja, ich, ich lauf hinterher. Wenn wir so weiter laufen, dann siehst du auf deiner Karte, wenn du von Devils Castle senkrecht nach unten gehst, nach Süden, da ist so eine kleine Straße, die macht da so einen kleinen Knick. Mhm. Und ich denke, das ist die Straße, auf die wir jetzt zulaufen. Ja, okay. Das heißt, wenn wir die Straße erreichen, dann sollten wir uns, ja, dann sollten wir der Straße nach rechts rum folgen, bis sie eine Linkskurve macht. Und da dann einfach weiter geradeaus laufen. Schön, dass du meinem Plan zustimmst. Ja, das war auch eine Zustimmung. Ja, davon machst du schon die Linkskurve. Das ist recht. Ja, genau, die Linkskurve. Sag ich doch. Ah. Ein Headset. Gedöns. Kopfhörer. Scheiße. Rechtskurve. Ja, okay, dann sind wir vielleicht hier. Obwohl das Wald. Das ist ein bisschen Wald. Hm. I want to drink something. Geht das heute bei dir los? Ja. Ja. Das ist bestimmt, weil ich die ganze Tüte Reis gefressen habe. So, wie da rechts nach oben geht. Da vorne ist eine kleine Hüt. Wollen wir da hin? Ja. Ich könnte ja mal sehen, ob ich die Karte hier ändern kann. Satellit. Da sehe ich vielleicht besser, wo wir denn gerade rumlaufen. Ähm. Wie sind wir? Irgendwo auf einer Flying-Fläche. Auf einer Flying-Fläche. Auf einer fliegenden Fläche. Ja. Sehr schön. Ach, das ist kein Häuschen. Das ist ein Jagdstand. Und ein Mini-Haus. Habe ich die denn hier auf der Karte drauf? Was könnte das hier sein? Ja. Ein Jagdstand. Ein kleines Häuschen. Wo nichts drin ist. Doch. Ein Knicklicht. Ich gehe mal zum Jagdstand vielleicht. Finde ich da ja was. Zum Jägersitz. Doch. Der war doch hier. Wo ist der denn? Achter. Hinterm Baum. Vielleicht ist da ja eine Waffe drin. Wäre zumindest mal sinnvoll, ne? Ja. Ob die drin ist, äh... Nix. Feuchtes Holz. So. Das heißt, wenn wir hier sind. Äh... Der Jagdstand so, wenn wir jetzt... Party! Yay! Jetzt hast du es weggeworfen. Ja. Wenn wir jetzt geradeaus weiterlaufen, dann sollten wir auf eine Straße treffen. Mhm. Und wenn wir dann... Wenn wir dann... Wenn wir dann links laufen, also auf der Straße dann links abbiegen, südwärts laufen, dann sollten wir nach... äh... Wie hieß es? Grishno? Mhm. Da sollten wir dann hinkommen. Grishino. Grishino. Da ist noch ein Hütchen. Willst du dem Hütchen? Ja, gerne. Da sollte gleich darauf dann auch die Straße kommen. Mhm. Durch die Wand durch. Ist nix drin. Mit so einem... mit so einem comic-haften... Umriss. Hallo, renn mal. Madame. Hier kommt keine Straße. Hm. Hier kommt ein Stück Wald. Aber das passt eigentlich auch. Ein Stück Wald und hinter dem Wald sollte eigentlich dann... die Straße sein. Renn mal einfach mal durch. Ich glaube, ich kann sie schon sehen. Weiß ich nicht. Ich habe mich getäuscht. Ich konnte sie nicht sehen. Suchst du nach Bären? Ja. Schön. You have not found a thing. Ich bin Angel. Ich habe sie gefunden... Wo steht du denn? Da steht du. Da sind wieder die Roten. Ich suche auch mal. Egalen Art von Bären. Smaller und vier. Aber es ist nicht möglich zu berühren, ob sie ... äh ... äh ... äh ... Edible oder nicht. Kennst du noch nicht? Die Boy Scout Tage? Das ist lustig. Du stehst dann in einem Burschen und findest was. Und ich stehe im gleichen Burschen und find nix. ja wahrscheinlich war da nur das eine I have found something inspect red colored berries I have found something